Es ist wie in einem alten Film, finden Sie nicht? Was denn? Das hier. Zwei Menschen mitten im Schneesturm. Können sein. Wie heißen Sie? Geben Sie mir einen Namen. Haben Sie nie Rollenspiele gespielt, als Sie ein Kind waren? Wir kennen uns nicht. Wir können sein, wie wir wollen. Also, wer bin ich? Geben Sie mir einen Namen. Tut mir wirklich leid, aber... Psst. Wer bin ich? Patricia. Das klingt gut. Patricia. Das böse Kind. tão gut. Ich danke Ihnen.